Musik Das Auto- und Technikmuseum ist ein Tummelplatz für jungen Alt. Kinder haben bei uns viel Spaß hier zum Beispiel in der Riesenrutschbahn, in dem großen Spielplatz auf dem Freigelände, aber auch in zahlreichen Exponaten, Lokomotiven, Flugzeugen, die man teilweise auch begehen kann. Aber auch größere Kinder haben bei uns jede Menge Spaß. Wechselnde Sonderausstellungen wie Vespa, NSU Quickly oder Kreidler werden bei uns ständig gezeigt. Wer solche Exponate lieber in Aktion sehen möchte, dem seien unsere zahlreichen Museumsveranstaltungen auf dem Freigelände empfohlen, wie zum Beispiel das große Motorradwochenende. Immer, immer gut.